Meine Mama sagt, ich bin eine kleine Prinzessin. Darum finde ich, habe ich auch ein Schlossverdienst. Auf Papas Tablett kann ich nun mein eigenes Schloss planen. Ob im Garten oder am Esstisch, das ist kinderleicht. Mein Prinzessinenschloss kann ich meiner besten Freundin zeigen. Oder es gemeinsam mit Mama immer wieder neu einrichten. Als ich dann Mama und Papa mal gefragt habe, wann mein Schloss gebaut wird, hat Mama gesagt, dass ich noch auf ein reichen Prinzen warten muss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017